IBM International steht für Mission. Mit 300 Projekten in 28 Ländern, über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und 4,5 Millionen Euro Budget wird Gottes verändernde Liebe geteilt, damit Menschen in Hoffnung leben. In fünf Arbeitsbereichen werden die Projekte ganzheitlich, gleichberechtigt und partnerschaftlich mit lokalen Baptistengemeinden nachhaltig umgesetzt. Auf Kuba werden zum Beispiel hunderte Menschen für Gemeindegründung ausgebildet. Im Krankenhaus in Lutiana in Indien kann Dr. Santosh kostenlos schwere Fehlstellungen operieren. Und im Norden Kameruns werden hunderte Frauen und Männer ausgebildet. Als Schneiderinnen im Bereich Kfz-Mechanik und in 14 Dörfern im Bereich Baumpflanzung, um nachhaltigen Klimaschutz in der Sahelzone zu betreiben.